Was mache ich heute? Hilfe! Der Kleine hasst das Töpfchen! Ich versuche schon mit Bestechung schon wieder! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hallo meine Lieben! Heute geht es um das Thema Töpfchentraining. Wie kriege ich den kleinen Noah trocken? Ja, ihr Süßen, ihr habt das richtig gehört. Ich hoffe erstmal, dass ihr die Squatch-Challenge gut überstanden habt. Für alle, die die mitgemacht haben. Erstmal ganz, ganz großen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich finde das richtig großartig. Ja, ihr habt genau richtig zugehört. Und zwar versuche ich, den kleinen Noah trocken zu kriegen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mein Kleiner, der ist jetzt 2 Jahre und 9 Monate alt. Und ja, ich denke, es ist doch mal Zeit, dass der kleine Vincent so zwischendurch mal pieseln geht auf das Töpfchen oder auf die Toilette. Ich habe ein Töpfchen gekauft schon lange, seit über einem Jahr. Ich habe auch einen Toilettenaufsatz, so eine kleine Brille zum Draufsetzen. Er hat aber Part 2 keine Lust drauf. In der Kita hat man mir erzählt, dass sie auch Töpfchentraining machen. Die setzen sich dann alle in so einen Kreis und Töpfchen in die Mitte. Und dann darf das Kind, was gerne freiwillig möchte, sich draufsetzen. Wer macht das als allererstes? Mein Sohn zu Hause. Kein Bock. Mit Engelzungen, mit Anfeuern, mit selber Hose runterziehen und draufsetzen und zeigen, wie toll das ist. Und immer wieder alles Mögliche an Animationen habe ich hier schon versucht, irgendwie an den Tag zu bringen, um zu zeigen, hey, wie toll ist das denn, wenn man auf die Toilette geht? Yay! Ja, er hat da überhaupt keinen Bock drauf. Sämtliche Animationsversuche von mir sind kläglich gescheitert. Dann habe ich gedacht, okay, mit dem Schnuller abgewöhnt, hat das auch funktioniert mit einem Auto. Damals habe ich ihm ja Lightning McQueen gekauft und habe gesagt, wenn du jetzt aufhörst mit dem Schnuller, kriegst du dieses tolle Auto. Das hat funktioniert. Am selben Tag hat es sogar noch funktioniert. Der Junge war innerhalb von, wirklich von jetzt auf gleich war der Schnuller frei. Da dachte ich mir, dann kaufst du ja doch jetzt mal ein schönes Geschenk und wenn du das dann ins Badezimmer stellst und sagst, du kriegst das erst, wenn du Pipi machst ins Töpfchen, dann kriegst du diesen Hubschrauber von Feuerwehrmann Sam. Das war zum Beispiel das erste Ding, was ich ausprobiert habe. Er hat die ganze Zeit gewalt. Er wollte den Feuerwehrmann Sam haben, den Hubschrauber, Hubschrauber. Das habe ich auch immer so schön am Spiegel drapiert, dass er das immer sehen konnte. Aber er hat sich da hoffentlich eingelassen. Ich meine, jedes Kind hat sein eigenes Tempo und jedes Kind möchte das alles selbstbestimmt machen usw. Das ist auch ein großer Schritt. Ich meine, Pipi machen im Töpfchen ist ja auch ein Meilenstein. Und ja, man muss auch dem Kind auch die nötige Zeit geben. Dann habe ich jetzt versucht, mit dem Papa irgendwas zu arrangieren. Da habe ich dem Papa gesagt, so, pass mal auf, Mr. Pillemann, du musst jetzt auch mal zeigen, dass du das jetzt machst oder dass du dich auf das Töpfchen setzt und da pieselst oder irgendwas. Also wir haben uns da echt alles wirklich aus den Fingern gesogen. Aber der Kleine hat da keinen Bock drauf. Aber als allererstes in der Kita beim Töpfchen-Training setzt er sich in die Mitte. Also, oder die haben auch so ganz kleine, süße Toiletten. Da setzt er sich auch drauf. Er pinkelt aber nicht rein in die Toilette. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich hätte gerne ein paar Tipps von euch. Wie macht ihr das mit dem Töpfchen-Training? Wie habt ihr eure Kids dazu gebracht, dass die auf die Toilette gehen, wenn die sich vorher gewehrt haben? Meine kleine Lichte zum Beispiel, die findet das total toll. Die geht regelmäßig auf das... Die hat immer noch die Pampers an, klar. Die ist ungefähr so alt wie Noah. Ohne Mucken, ohne aufmüpfig zu sein oder sonst irgendwas. Die setzt sich auf die Toilette und ja, pieselt dann. Dann habe ich meiner Schwester gesagt, pass mal auf, film das bitte. Weil die beiden sind ja wie Bruder und Schwester. Wenn die sich sehen, das ist immer total süß. Und dann habe ich ihr gesagt, bitte film mir das mal ab und schick mir dieses Video, wie sie auf die Toilette geht und wie sie darauf Pipi macht. Jetzt habe ich so viele Videos von der Kleinen auf meinem Handy, wo sie hundpieselt. Denn Noah liebt diese Videos. Mama, Pipi zeigen. Und dann zeige ich immer diese Videos, aber das lässt ihn auch völlig unbeeindruckt. Also, ihr merkt schon, ich versuche alles wirklich mit Geduld und mit Engelzung und sogar auch mit Bestechung und mit anderen Animationsversuchen. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was ich noch machen soll. Das Töpfchen steht sowieso immer im Badezimmer startklar und ich warte eigentlich nur auf den Moment, dass er von selber vielleicht mal die Hose runterzieht oder sagt nochmal, ich muss Pipi machen. Aber das macht er die ganze Zeit nicht. Ist das jetzt irgendwie spät dran? Mache ich irgendwas falsch? Wie habt ihr das gemacht? Ich hätte gerne ein paar Tipps und Anregungen. Bitte schreibt mir das unten in die Infobox. Schreibt mir eure Storys rein, wie ihr das gemacht habt. Es würde mich ja interessieren. Ich meine, ja klar, die Kinder haben ja noch Zeit zwischen drittem und vierten Lebensjahr. Spätestens müssen sie ratzekalt hocken sein, aber der erste Schritt muss ja mal irgendwie mal gemacht werden, oder? Ja. Na gut, das war es erstmal von mir für heute und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid und wo immer eure Kids in die Pimpers machen. Ähm, ja. Dann macht's mal gut. Tschüss. Musik 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 Musik